Hallo zusammen. Heute geht es um den neuen Auslöser von Jinbei und zwar heisst der TRQ7. Er kommt in dieser netten Verpackung. Das spezielle an dem TRQ7 ist, dass er einen universellen Blitzfuss hat. Bis jetzt war es so, dass man für jede Kamera seinen eigenen Auslöser haben musste. Jinbei ging jetzt einen Schritt weiter und bringt einen universellen Auslöser, den ich auf verschiedenen Kameras verwenden kann. Das möchte ich euch kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar ist es so, dass wir hier den Mars 3 von Jinbei. Der ist jetzt auf Channel 5 Gruppen A eingestellt. Der Sender ist auch auf Channel 5 Gruppen A eingestellt. Die Einstellung unten im Empfängerbereich ist TTL All. Sprich, er löst alle, vor allem irgendwie aus. Ich stecke den hier drauf. Das ist eine alte T3X. Vorher löste sie ein paar Mal nicht aus, weil sie nicht fokussiert hat. Aber ihr seht, der Blitz löst jedes Mal aus. Jetzt sage ich okay, jetzt möchte ich mit der Fuji weiter arbeiten. Ich nehme den Sender wieder runter. Ich gehe hier im Trigger die Kameratype ändern auf Fuji. Ich nehme meine X-T3. Und schon habe ich quasi kameraübergreifend meine Blitze gesteuert. Das funktioniert mit den neueren Jinbei-Blitzen. Wie ein HD 601, HD 610, Mars 3, HD 400 und die grösseren MSN 3 und MSN TTL-Studio-Blitzen, die stromgebunden sind. Wichtig ist aber, ihr müsst die Geräte vorher mit den neuesten Firmware updaten. Und die findet ihr alle bei uns auf dem Blog. Dort hat es eine spezielle Sektion, Downloads. Und dort gibt es extra für den TRQ7 einen Blogbeitrag, wo alle aktuellen Firmwares drauf sind. Und das werden wir auch aktuell halten. Also wenn etwas Neues rauskommt, werden wir das dort auch aufschalten, dass das verfügbar ist. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag. Ciao zusammen.